Great White Rays Wow, was? Willst du mich verarschen? Sind das Rüstungen hier? Ah, ich hab den Hai nicht gesehen. Ah, der sieht da genauso aus. Diese scheiß Rüstung da. Alter, frisst man die Rüstung hier weg? Oh, dieser Hinterlistiger. Ich muss den hinter mir lassen. Ich darf nicht zu schnell machen. Ich darf nicht. Ey. Hey. Komm doch. Nee, iss doch. Ach, der wollte ich doch weitermachen. Der frisst mir einfach alles weg hier. Na hier, hallo. Blöd, Mann. Der frisst mich. Ich weiß nicht. Hä? Nee, geht nicht. Natürlich ist er schon weg. Komm hier oben. Bleib hier oben, bleib hier oben, bleib hier oben. Hier oben, hallo, hallo, hier, 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 hier. Hier, zack, zack, meins. Bleib hier, bleib hier, bleib hier. Hier, hallo, hallo, hier. Guck, hier bin ich, hier bin ich, hier bin ich, hier bin ich. Zack, hier. Zack. Hier bin ich... hier oben. Hier oben. Hier bin ich. Hier. 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 Dann oder oder? Jetzt aber ich bin, was ich wenn sage. Hier bin ich. Hier bin ich hoch. Hier so jetzt komm her alter das war mies aber ich hab's geschafft so nicht unbedingt knapp aber one mana t also okay gleich im prinzip wieder ich muss nur schneller sein wie der und das scheint kein problem zu sein ist doch nichts mehr ich muss wirklich alles fressen nein glück gehabt erst noch konnte er fressen toll hätte ich fast geschafft 2 manatees ich will mich verarschen nein weg da weg da weg da weg da weg da nein das kann ich gar nicht alter wie soll ich das machen geh weg da alter weg da nein junge nein das ist meins ich muss sie weghauen wegschubsen weg 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 da weg da nein weg da weg da nein weg da ich bin doch nicht dick genug weg da weg da weg 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 da weg da weg mir hat das gereicht doch nicht gereicht Na, hat natürlich nicht gereicht. Okay, nochmal kurz so. So, weg. Nein. Haha, kann ich aber neu starten hier. So. So, schneller, schneller, schneller. Komm, du Scheißzacken. Was? Sich verarschen. Verpiss ich. Naja, hab ich schon wieder verkackt. Alter. Habe ich es jetzt geschafft? Habe ich es geschafft? Habe ich es geschafft? Bitte, 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 bitte. Alter, wollen wir mich verarschen? Der hat drei Stück gefressen, das ist schon zu viel. Und, ja. Also, wir darf wirklich nichts fressen. Der hat sich jetzt schon wieder zwei gefressen. Nein, der hat auch. Alter, so schnell wie der da vorne frisst, alter. Ja, toll. Ich... Leute. Leg da. Das kann doch nicht wahr sein. Wie soll das denn gehen? Wie soll ich denn alles fressen, ohne dass der da dran kommt? Verpiss dich. Wieder zu langsam. Ich freig's ja gleich die Maus aus dem Computer, was? Das geht gar nicht. Nein. So? Nein, der hat eins gefressen. Weg da, 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 weg da. Ja, wo, Glück gehabt. Boah, alter. Drei Sekunden, äh, drei Sterne. Boah, alter. Das war jetzt richtig mies. So long? Nein. Dein Ernst? Guck, guck. Aber das war jetzt, also, wenn jetzt echt dieses Level... Oha, wie weit geht's denn hier rüber? Ui. Hallo. Nee. So. Hep. Hep. Aber das war mies, muss ich sagen. Kann er mich fressen? Nee. Mann. Ich bin mir nicht sicher, ob der mich fressen kann. Warum, warum drehen die sich so extrem? Haben die kleine Kontrolle? Hep. Na, so lang ist das eigentlich nicht, wenn man das mal so bedenkt. Und der Orca? Wagen ich mal eben so über den Metern. Los, 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 los. Ich bin mir schon unten. Ah. Toll. Ich dachte, ich habe es noch. School. Hopp. Ähm, Totenköpfe. Ja, war ja klar. School, Totenkopf, ja. Wie ist das, was ich weiß? Also, ich bin noch ein High. Hö? Ach so. School Hopp. Logisch. Komm. Ey, das ist nicht gerade. Warte, ich mach das mal mit der, mit den Fai, äh, mit den VASD-Tasten. Ne, ist sogar noch schwerer. Ja, scheint noch schwerer zu sein. Also, ich muss nur einmal schaffen. Ich hoffe es. Na, ich muss wachsen. Ich muss es ziemlich oft schaffen. Ähm. Ich frage mich, wer ein High mit einem... Alter. Alter. Ja, das macht mich, sowas macht mich richtig akkro, ne? So, ruhig. Nein, ich versuch's gerade wieder mit dem VASD-Tasten. Ich verzweifle hier gerade. Wer hat sich das einfallen lassen? Ganz ehrlich, wer hat sich dieses einfallen lassen? Hopp. Nein. Mann. Ich drück den ja mal wieder runter. Ja, ist mir klar. Blöd, Mann. Komm. Puh, 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 puh. Nein. Oh, mit dem Kopf. Mit dem Kopf. Komm. Komm. Mann, ich kann da nicht gegenspringen. Geht das überhaupt, was er da vor mir verlangt? Ich kann hier nicht richtig hoch schleudern. Geht das überhaupt, was er da vor mir verlangt? Nein. Nein. Es geht nicht. Ich komm gar nicht so hoch mit dem scheiß Kopf. Komm. Lass mich hier raus. Lass mich hier raus. Lass mich hier raus. Lass mich hier in den Eimer. Komm. Flucht. Ist doch scheiße. Na. Einmal. Toll, wenn ich schlecht getroffen werde, bin ich wieder klein. Toll. Ja, schrumpfe dadurch wieder also. Nein, nicht fressen, schrumpfe dadurch nur. Komm schon, mach mich nicht aggressiv hier. Okay, ruhig, brauner, ruhig. Ja, kleiner als 53,5 kannst du eh nicht werden, von der kann es ja egal sein, daran sterben wirst du wahrscheinlich auch nicht. Jawohl, haben wir wieder einmal. Nein, nicht fressen, nicht fressen, nicht nach da unten fallen. Nicht nach da unten fallen, Leute, hallo. Nicht nach unten, nicht nach unten, nicht nach unten, wir wollen nicht nach da, nicht nach da. Nein. Nein. Boah. Nein. Oh, das war ganz knapp, der Demut schon aufgehabt. Alter. Jawohl, komm. Komm. Komm, auch noch einmal, dann fress ich. einfach mal. Lass mir was an. Alter ey. In 40 Sekunden, wird er mich verarschen. Ich hab über 5 Minuten gebraucht. Alter. Ey, jetzt komm ich jetzt nicht drauf klar, in 40 Sekunden. Wie haben die das denn berechnet? Damit ich den Pinguin nicht fresse. Ja, die Zähne sehen super aus. Ich brauch eigentlich nichts machen, kann ja nur gucken. Weil rutscht tut der ja von alleine. Naja, aber das Level gerade, das hat nicht... Ne. Ey, das war mies. Ich werd... Ne. Pfff. Demotiviert bis zum geht nicht mehr. Kann ich mich nicht beschleunigen hier? Nö, ich kann nur zugucken. Ja. Okay. Ja. Hm. Entrenntes Level. Sehr schwer, muss ich sagen. Also da war das Level mit dem Code Totenkopf ja gerade. Ein Easy Level Durchgang. Das war wie aus dem Handgelenk. Geschüttelt. Aber das hier ist ja echt eins. Das ist ja... Das große Finale. So schwer wie das ist. Na los. Dann braucht der uns nur einen Berg runter zu räumen. Was ist das für... Ist das ein Himalaya oder? Was hat da... Großen Berg gibt's ja gar nicht. Warum allein das jetzt gleich so 100 Meter groß ist. Oh ja. Lustig hab nichts gemacht. Nur am Anfang mal kurz die Maus bewegten drei Sterne geholt. Also... Wird was verkackt. Kann man auch nicht weiterhelfen. Sliding Raids. Nochmal. Aber diesmal mit bisschen mehr Bewegung hier. Gut. Hepp. Okay. Wir sind nicht... So einfach. Na toll. Ich müsste eigentlich schon groß genug sein um die Kissen zu fressen. Oder was soll das bedeuten? Nein. Ich kann ja gar nicht springen. Die Kisten. Ja. Jetzt geht's. So. Jetzt kann ich einfach rollen. Oder? Ne. Ein Stern. Errungenschaft freigeschaltet. Bonus Freed. Fertig. 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 Und ich sag da mal. Wir sehen uns wieder. Dann wenn ich alle Levels auf... Drei spiele. Gäse. Das heißt, bis zum nächsten mal. Ciao. Ciao.